Musik Jo, hallöchen, hier Tinkerbell nochmal wieder zurück und wir machen jetzt Kapitel 18 zu Ende. Ja, ich habe es so vorgenommen, wir machen jetzt ein Kapitel am Stück, weil ich musste 17 schon cutten, 18 schon cutten und das ist doch ein bisschen blöd. Da werden die Kapitel vielleicht so ungefähr 30 Minuten, manchmal ja auch ein bisschen kürzer. Aber das sollte ja noch in Ordnung gehen, denke ich mal. So, jetzt haben wir jetzt ein bisschen hier. Sehr schön. Was sind denn hier? Ah, dann kommen wir noch mehr an hier. Da auch. Ja, ja. Hüpfe mal, immer schön woanders lang, wo ich nicht bin, dann passt das schon. Jo. Die Stufenaufstieg haben die Rufen, die sind eigentlich hier fest. Ist da noch irgendwas? Ah ja, klar, hier sind ein paar Klebetypen hier. Hier mal stiften. So. Okay, dann müssen wir mal hier langjumpen. Jo, das war doch ganz klar. So. Äh, was geht hier ab? Kann ich da lang? Nö. Okay, ich muss denn hier rein. Äh, wo bin ich? Ach, da. Okay. Okay, gerade müssen wir hier auf. Da lang gehe ich noch nicht. Da komme ich sowieso, äh, langschweil. Ich gucke erst mal, was hier links ist. So. Ein Fiaterschäfchen und ein Stufenaufstieg wieder mal. Jetzt haben wir schon Stufe 6 erreicht und hier rufen. Klasse. So. Lassen wir uns noch wieder durch hier irgendwann? Ey, die machen generell Schaden, ey. Was ist denn das für eine Frechheit? Wieso bin ich hier rauskriegt? Wo bin ich denn jetzt? Da. So. Okay. Lassen wir uns mal hier weiterkriegen. Was hier so rumklebt. Ah, da ist wieder so ein Klebetrieb da. Ja, irgendwas von mir will. So. Sehr schön. Ja, und die Punkte, die wir schon auch gerne noch haben, ne? So. Ja, wir werden Bomben. Bombenfestchen wäre hier nicht schlecht. Au ja. Jetzt haben wir erst mal wieder ein Schloss. Äh, knacki. Knack, knack, ne? So, warte mal. Ich drück jetzt mal auf den da. Ah ja, lass mal die Tür da auf hier. Okay, dann. Hihi. Den süßen Herzen. Muioioi. Hm. So. Du gibst leider nicht so schnell Gas. Und wir könnten ja sonst dann lang kommen. Hm. Ja, super. War nicht so gewollt. So. Ja, dankeschön. Braucht die nichts machen. Gut, ne? Ja. Uah. Halt. Hiergeblieben. So. Na. Ja. Wir haben es ja schon geschafft. Hui. Na, 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 na. Na. So. Wir haben es ja geschafft. Ja. Wir haben es ja geschafft. Drei Fünktchen verdient. Ach so, weiter. Hehehe. Jo, portalmeisteran aufstieg haben wir auch. Sehr nice. Äh. Äh. Okay. Lass es regnen. Ähm. Ah ja. Dive Bomberhut. Plus 40 maximale Gesundheit. Plus 15 Rüstung. Äh. So. Alle sieben Kisten haben wir. Das ist doch sehr nice. So. Boah. Was ist hier los, ey, baby, ey? So. War hier irgendwas? Ne, von hier bin ich ja gekommen, ne? Ja, von hier bin ich gekommen. Stimmt ja, da hinten war ja das Geschenkchen. Ja. Okay. Aber eine Bombe ist hier nicht. Man lasst mich hier raus. So, weiter. Ja. Sowieso. So. Nehmen wir da rein jetzt hier. Äh, was geht hier ab? Äh, hier brauchen wir aber auch ne Granate. Boah, was geht denn hier ab, ey? Wollen wir ja lauter Granaten. Yo, ein Wunschstein. So, da wünsche ich mir doch gleich noch eine Bombe. Die hier auch klappt erscheint. Wartet mal, vielleicht kann ich die mitnehmen und kurz zurückgehen und mal die Zinschnur da hinten anzünden. Das wäre da auch mal ganz genial, ne? Äh, wenn ich jetzt wüsste, wo es war. Wo war das? Hier war das. Na, aber pronto. Haben wir da geschafft. Okay. Die steht ja wohl nicht umsonst da, ne? Von wegen, dass man es nicht schaffen kann oder so. Geht doch alles. Ja, das sind ja so eine Ekeltypen hier, ey. Was sind die schon erledigt? Okay, das ist schon gar nicht. Was denn? Ich dachte, ich kann wuddeln. Ich bin das ein Scheiß. Ja, aber nicht lange, anscheinend. Das ist ja nur so ein Fliegel. So, ist noch so ein Fliegel hier. Nee. Okay. Finkchen. Das ist mein Finkchen. So. Geht mal her jetzt hier. Schnell zurück. So. 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 Und so. Ja. Sehr fein. Hehe. Hier die Rakete mitgenommen. So muss es doch sein. So. Mal schnell alles einsacken hier. Geht's hier lang? Ist es so dunkel? Ne, da geht's nicht lang. Okay. Wollt es Hitler was, oder? Ne. Sah nur so aus. Okay. Alles klar. Wo bin ich denn? Da. Okay. So. Mampel. Mal gucken. Da ist auch noch eine Rakete. Wartet mal. Die möchte ich auch noch haben. So. Wo bin ich denn? Ja. Das ist oben. Drunter. Drüber. Oder drunter. Wie auch immer. Wie das heißt. Stimmt schon. Das ist ganz schön irreführend. Und hier. Äh. Äh. Positionswechsel und so weiter. So. Habe ich die? Sind denn noch mehr Sachen? Ne. Ich glaube nicht. Ne. Hier ist wohl nicht mehr. Ja. Aber die Sachen sind da. Und die wollte ich auch noch gerne einsachen. Zack. Kennen. So. Okay. Jetzt muss ich wohl noch eine Driven. Äh. R1. Das ist doch Kapitel 19 hier oder nicht? Weißt du, meine Luxus-Trapthenium Penthouse-Wid war ursprünglich nur für einen Gefangenen gedacht. Aber zwei hätten auch problemlos Platz, Skylander. Meine Bundes-19. Es sei denn, natürlich, du hättest vor den alten Narren zu befreien. Tja, ich enttäusche dich wirklich nur ungern. Okay, das ist natürlich gelogen. Aber Lorcaeus hat andere Pläne für ihn. Also mach dich bereit für den Kampf, Skylander. Und freu dich darauf, ein Fußball des epischen Versagens zu nehmen. Jau, Leute. Aber mit Kapitel 19 bin ich nicht dran. Sondern Solli. Und deswegen mache ich hier Schluss. Und wünsche euch viel Spaß. Und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn Solli denn am Start ist. Und den Money-Bohnen mal zeigt, wo die Locken hängen. Also, macht's mal gut. Und schaltet das nächste Mal wieder rein. Also, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.